Die Nestorianer, von denen wir am vergangenen Sonntag gesprochen haben, die Nestorianer nahmen in Christus zwei Personen an, ein unmögliches Vorgehen. Sie wurden auf der Synode von Ephesus im Jahre 431 eines Besseren belehrt und aus der Kirche ausgeschlossen. Gegen die Nestorianer erhoben sich die Alexandriner, also die Bewohner von Alexandrien in Ägypten. Sie vermischten die beiden Naturen in Jesus. Sie betonten das Göttliche so sehr, dass sie eine Verwandlung der menschlichen Natur in die Göttliche annahmen. Christus, sagten sie, ist zwar aus zwei Naturen, aber nicht in zwei Naturen. Nach der Menschwerdung könne nur noch von einer Natur die Rede sein. Der Leib Christi ist also nicht dem unseren Wesens gleich. Er ist vergottet. Diese Lehre, Monophysitismus genannt, Ein-Naturen-Lehre, diese Lehre wurde vor allem von dem Archimandriten Eutyches in Konstantinopel vertreten. Eutyches war ein alter Mann, ein frommer Mann, aber ein unbelehrbarer Mann. Und deswegen wurde er im Jahre 448 vom Patriarchen in Konstantinopel aus der Kirche ausgeschlossen. Aber das war erst der Anfang. Das war erst das Vorspiel zu großen Kämpfen. Er beklagte sich über das Unrecht und es gelang ihm, den Kaiserhof für sich zu gewinnen. Es wurde eine neue Synode einberufen und auf dieser Synode wurde Eutyches als rechtträumig erklärt und die Vertreter der Zwei-Naturen-Lehre als heretisch. Also gerade das Gegenteil von der kirchlichen Lehre. Der Papst, es war damals der Große, Leo der Erste, der Papst hatte einen einleuchtenden und durchschlagenden Brief an die Synode geschrieben. Aber er kam gar nicht zur Verlesung. Die Synode ist einfach über das Wort des römischen Bischofs hinweggegangen, als ob es nicht existierte. Die Synode hat sich mit Gewalt durchgesetzt, militärischer Druck, der Einsatz von fanatischen Mönchen. Und so wurde auf dieser Räubersynode, wie man sie nannte, so wurde auf dieser Räubersynode die kirchliche Lehre verworfen und die nichtkirchliche anerkannt. Die rechtläubigen Katholiken haben sich mit dieser Entscheidung nicht zufrieden gegeben. Inzwischen war ein anderer Kaiser an die Regierung gekommen. Auf Theodosius folgte der Kaiser Marzian und er berief eine neue Synode ein, also eine dritte, und zwar nach Chalcedon. Chalcedon liegt gegenüber von Istanbul. Auf dieser Synode mit 600 Bischöfen bestückt im Jahre 451 wurde die kirchliche Lehre zum Siege geführt. Die Epistola Dogmatica, also der Glaubensbrief des Heiligen Vaters Leo, wurde verlesen und fand begeisterte Zustimmung. Christus hat durch Leo gesprochen. So wurde auf dieser Synode die christliche, die katholische, die einzige richtige Lehre zum Siege geführt. Es wurde ein neues Glaubensbekenntnis aufgestellt, in Anlehnung an den Brief Leos. Und da heißt es, wir lehren und bekennen einen und denselben Christus in zwei Naturen, unvermischt und unverwandelt, ungetrennt und ungesondert. Durch die Einigung verlieren die beiden Naturen nicht ihre Eigentümlichkeit, Beide Naturen sind in einer Person vereinigt. Jetzt standen sie also monophysitische Lehre und katholische Lehre gegenüber. Die Monophysiten nahmen auch, und das war ja richtig, in Christus nur eine Person an, aber auch nur eine einzige Natur. Christus sei zwar aus zwei Naturen, aber nicht in zwei Naturen. Die Art und Weise, wie sich Gottheit und Menschheit zu einer einzigen Natur vereinigen, war nach ihrer Meinung verschieden. Die einen nahmen eine Verwandlung der menschlichen Natur in die göttliche Natur oder eine Aufsaugung der menschlichen Natur in die göttliche an. Die anderen wehrten eine Verschmelzung oder Vermischung der beiden Naturen zu einer neuen, dritten Natur. Eine weitere Partei vertrat eine Zusammensetzung der beiden Naturen, so wie sich Leib und Seele im Menschen vereinigen. Das Konzil von Chalcedon hat die kirchliche, die richtige Lehre folgendermaßen zusammengefasst. Christus ist gemäß dem Konzil von Nicea gleich wesentlich dem Vater. Das war unumstritten. Aber er ist auch uns gleich wesentlich. Er ist auch uns, den Menschen, gleich wesentlich. Weil vollkommen in der Gottheit und vollkommen in der Menschheit. Ein und derselbe Herr ist in zwei Naturen. Ohne Wandlung, ohne Mischung, ohne Teilung, ohne Trennung. Durch die Vereinigung der beiden Naturen ist der Unterschied zwischen den Naturen nicht aufgehoben, sondern das Eigentümliche einer jeden Natur, also der menschlichen wie der göttlichen, bleibt bestehen. Sie sind nur in einer Person verbunden. Es gibt nicht einen in zwei Personen geteilten, sondern nur einen einzigen eingeborenen Sohn, den göttlichen Logos, den Herrn Jesus Christus. Die Unhaltbarkeit der Position der Monophysiten wurde schon früh von den Kirchenvätern dargetan. Sie wiesen auf die innere Unmöglichkeit der monophysitischen Lehre hin. Warum unmöglich? Sie widerspricht der absoluten Unveränderlichkeit und unendlichen Vollkommenheit Gottes. Eine Verbindung in der Natur, also gedacht als Vermischung der Naturen, eine Verbindung in der Natur bringt aber eine Veränderung in Gott hinein. Das ist unmöglich, denn Gott ist unveränderlich. Gott kann weder durch Wandlung noch durch Vermischung noch durch Zusammensetzung mit einem Geschöpf zur Einheit der Natur sich zusammenschließen. Dem widerstrebt seine Unveränderlichkeit und absolute Einfachheit. Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist Christus wahrer Gott und wahrer Mensch, das heißt Inhaber der unversehrten göttlichen Natur und Inhaber einer unversehrten menschlichen Natur. So schreibt der Johannes zu Beginn seines Evangeliums und das Wort der Logos die zweite Personengott und das Wort ist Fleisch geworden, das heißt ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voll der Gnade und Wahrheit. Der göttliche Logos hat sich das Fleisch, das heißt eine unversehrte Menschennatur angeeignet. Sie fragen mich vielleicht, ja, sind denn diese Unterschiede so wesentlich? Muss man sich deswegen streiten? Muss man sich deswegen gegenseitig ausschließen? Ja, wegen der großen Konsequenzen, die die falsche Lehre hat. Ich will Ihnen diese Konsequenzen vorführen. Erstens, die Monophysiten lassen das Menschliche in Christus vom Göttlichen verschlungen sein, sodass es in ihm nur eine einzige Natur gibt, die Göttliche. Dieser Irrtum ist ein Kind der hellenistischen Verachtung des Leibes und übersteigerter Geistigkeit. Seine philosophische Heimat ist der Platonismus. Die Platoniker sprachen, das Eigentliche sei nur den Ideen zu, während die Einzeldinge nur einen Schatten daran haben. Diese Vorstellung wandten die Monophysiten auf die zwei Naturen in Christus an. sie dachten sich die Auflösung der menschlichen Natur in die göttliche als eine Konversion, eine Umwandlung oder eine Komposition, eine Zusammensetzung. Diese Ansicht führt mit der Aufhebung der wahren Menschheit Christus zur Zerstörung des Erlösungswerkes. Denn Christus hat uns erlöst in seinem menschlichen Leibe. Durch sein Leben, Leiden und Sterben hat er uns erlöst. Wer diese menschliche Natur Christi abbaut, der zerstört das Erlösungswerk. Zweitens nicht der Aufstieg des Menschen zu Gott, sondern das Herabsteigen Gottes zu den Menschen ist das Entscheidende in Christus. Und das Wort ist Fleisch geworden. Nicht in der Gottwerdung des Menschen, sondern in der Menschwerdung Gottes liegt das Wesentliche in Christus. Dagegen verfehlten sich die Monophysiten, sie leugneten die Wesensgleichheit Christi mit uns Menschen. Er ist ein Mensch geworden, im Äußeren erfunden wie ein Mensch, schreibt Paulus im Philippabrief. Drittens, wenn die menschliche Natur Christi nicht mehr ernst genommen wird oder im gläubigen Bewusstsein zugunsten der Gottheit zurückgedrängt wird, dann entfällt die Voraussetzung für sein Mittlertum. Der Sohn Gottes ist Mittler geworden durch die Menschwerdung. Da wurde er die Mitte zwischen Gott und den Menschen. In der menschlichen Natur ist der Hohen Priester, der für uns opfert, der Weg, auf dem wir zum Vater gelangen. Durch ihn, den Mensch gewordenen, haben wir Friede und Versöhnung mit Gott. Der Ort des christlichen Interesses in dieser Weltzeit ist nicht der vorzeitliche Logos für sich allein, sondern dieser Mensch Jesus, der durch seine Wesens Verbundenheit mit der Gottheit und in der Kraft dieser Wesens Verbundenheit durch sein Leben, Leiden und Sterben unser Mittler geworden ist bei Gott. Deswegen beten wir in der Heiligen Messe so oft durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit ist die Mittlerschaft Jesu angesprochen, durch ihn, nämlich er trägt unsere Gebete, unser Opfer zu Gott. Viertens in der Frömmigkeit wirkt sich der menophysitische Irrtum so aus, dass nicht mehr durch den menschgewordenen Sohn zum Vater gebetet wird, sondern das, was freilich auch möglich ist, vor allem er selbst angebetet wird. Wir beten, wie ich schon gesagt in der Heiligen Messe durch Christus zum Vater. Wer aber die menschliche Natur Jesu geringschätzt oder verschwinden lässt, der betet nur noch zu Christus. Da ist Jesus nicht mehr der Repräsentant der Menschen, nicht mehr der Anwalt der Menschen, nicht mehr der Erstgeborene unter den Brüdern, sondern er strahlt dann nur noch im unnahbaren Licht der Gottheit. Er ist in Unendlichkeiten von Menschen entfernt. Und als solcher Erhabener vollbringt er das Opfer des Altars. Fünftens, wenn der Glaube an Jesu heiligste Menschheit zurücktritt, dann schafft man sich dafür Ersatz. Wodurch? Durch die Heilige. Als der Glaube an Jesu heilige Menschheit zurücktritt, nahm die Verehrung der Heiligen zu, teilweise ungemessen zu. Die Heiligen lösten sich gewissermaßen vom Mitteltum Christi los und verselbstständigten sich. Mit der Schwächung des lebendigen Glaubens an die heiligste Menschheit Christi war der Raum zwischen Gott und den Menschen gewissermaßen leer geworden. Und er wurde ausgefüllt und aufgefüllt mit den Heiligen. Deswegen in den Liturgien der von uns getrennten Christen das Übermaß der Anrufung der Heiligen. Gegen diesen fünffachen Irrtum hat das Konzil von Chalcedon gelehrt, ein und derselbe Christus der Sohn der Herr der Eingeborene ist in zwei Naturen unvermischt und unverwandelt das ist gegen den Monophysitismus gesagt unvermischt und unverwandelt ungeteilt und ungetrennt das ist gegen den Nestorganismus gesagt der Unterschied der Naturen wurde infolge der Einigung niemals aufgehoben sondern die Eigentümlichkeit beider Naturen blieb erhalten